Ich bin der Senior Chef vom Haus hier, der Herr Kirchner. Und ich mache eigentlich schon seit etlichen Jahren das Brot, das unverfälschte Brot, was man nicht überall mehr so kriegt. Es ist ein Bauernbrot. Ich gebe einen Teil Roggenmehl, gebe da ein Weizenmehl rein, in den frisch gemahlenen Dinkel, Salz, Koriander, bisschen Fenkel, geschroteten Kümmel, Kürbiskerne, was Gesundes, Leinsamen und Sonnenblumenkerne. Das kommt jetzt in die Knetmaschine und muss dann natürlich eine halbe Stunde einmal gehen. Dann geht es weiter und dann haben wir dieses Produkt, was man einfach auf eine bemehlte Platte stürzen und dann noch einmal durchwalken und dann machen wir einfach. Dann haben wir unsere Stücke da, die werden wir noch einmal ein bisschen schleifen. Wir gehen das jetzt aufs Blech und das muss natürlich jetzt dann eine halbe Stunde noch gehen und dann kommt es in den Ofen. Und nach einer Stunde sollte das Produkt fertig sein. Musik 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 Vielen Dank.